um offen also das ist ein Rund noch oder drei Runden und heute johle und die Woche glaube ich habe er auch in dem Mund und die ja ich will eine Aufnahme ja er ist so sehr aber auch noch zu schnell nur du bloß ja auch schon ist die Wunderheit der einst du mit dem einiges wir müssen nur zu holen um los das mit dem Nuss der Eichel Schokolade Leider Blusen, Corn of Duty Black auf zwei Multiplänern Hey, nein, ich spiel verlassen Hey, Torsteni Warum denn nicht? Willi! Ne, nein, Lenni! Servus, geht's euch! Ein Teamkill und ich Teamkill' dich nur noch Oh Gott Wollen wir gewinnen? Vielleicht Ey, Willi, du bist auf die gleiche Idee gekommen, wie ich, was du da für ein Achtung Okay, einer lang und ich LoL? LoL? Nein! Nein, du hast nie böse in die Höhe Wie bin ich denn gestorben? Dann bin ich doch schon tot Wann und wo, wie bin ich denn gestorben? Ich war schon mal tot LoL Alter, du bist doch ein Hacker Anni, als es ein Huhn ist es Ich hab's verletzt Okay, das war schlecht Oh Ich hab' nicht, wie ich jetzt mal angeschossen und ich scheiß hier Hab' ich gerade auf dich geschossen oder was? Ne, ne Ne, aufs feindliche Huhn Da war ich! Nein Nein, nein, das geht so nicht Ich hab' nicht so viel gemacht, wie gerade Wie kostet das? Wie, wie, wie Ramla, wie Ramla ich selber feiert, ey Oh ja, ich feier' nur über Nervöse Let's fire hard 3D Einer oben auf das Dach drauf Fuck Sehr gut Alles klar Nice Team, nice Nice Ey, genau, ey, läuft genauso ab wie gerade Ich mach' die ersten drei, dann wieder toll und dann will ihn auch ein Hab' mal assist gekriegt Scheiben ist so langweilig Oh, voll in die Eier, Alter Was? Wo sind denn die Eier, ey? Was? Wo sind denn die Eier, ey? Alter, Danny Danny hat auf jeden Fall wie Eier war bei uns 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 Glaub' ich Danny spielt auch seine Runde des Lebens, ey Hm Ja, Mann Wer lebt denn noch? Ich Puppel lebt's noch Scheiße Toll, wie lange wie war das? Oh, Toll Danny, Ronny Der Ausblick, wo man auf Dach kann Nuh! Loll von hinten Och, Mann, ey Damit haben wir das 12-0 verhindert Ver-verändert? Ver-hindert Ver-ändert Hä? Oh, ist das ein Hacker, ey, guck dir den an Voll in die Arschritze Wo ist denn die Arschritze? 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 Ja, ich hab's schon vorher gesagt, bevor ich's gesehen Oh, Gott, Danny Ich bin Danny Ich bin Premium Oh, Gott, ey Nein, hier ist die Brücke Nein, hier ist die Brücke Ah, ja, kenn mal nicht Scheiße, ich werd meine Vorräte genau unter die Brücke Ach so, ja, das hätte ich schon vorbeim geschafft Läuft bei dir Ja, jetzt darfst du dreimal raten, was es ist Einer bei der Wiese Gut, Willi Unter Ungefähr Ja Erstmal Schokolade Easy Äh, A1330 Nee, nur Selfbomber, aber fast so gut Äh, zwei hinten Zwei hinten Zwei hinten Ach, Nuke war's? Oh mein, geil NUKE Ah, ich seh's grad, ein Selfbomber Nein! Wo war der? Das war krass Ein Selfbomber Nein, nicht mein letzter Kill Jetzt hat's keiner gesehen Ach, Roman Na da unten da ist der Ich hab mich grade hingelegt, wollte die Bombe platzieren und dann kam Lenny vorbei Alter, junger Popel Ist feil gesprayt Du warst eigentlich hingeschossen, die Steine tun dir nichts Was mit Popel ist, ey Sorry, mein neues Veressen Also, Popel ist natürlich nicht unbedingt der beste Spieler, aber sooo... Beziehungsweise ist ein Oh, ich bin nenne ich bin scheiße Da habe ich aber alle reisenab Meist mal B. Mö. Mö. Er hat mich getötet. Ey, ich hab mich ja... Den... Drei mal nicht Lenny. Wo war der? Wo war der? Dein Knie rausgeguckt, ey. Kriegt man eine Stellanangabe? Keine Ahnung. Nicht von dir, du Vollpfosten. Ja, ich war von... Vorhin war er bei B. Ich wollte Lenny gerade eingehen. Aber das ist doch schon ewig her, Alter. Habt ihr gleich am Anfang gesagt. Da hab ich gestorben. Ja, dann was. Alter, hab ich mich das auch... Alter, das ist über Kopptier-Anzeige bei mir. Alter, hab ich... So, diesmal bin ich nicht der letzte Erlebt. Und wenn ich von der Brücke dringe... Ha, 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 ha. Wenn ich von der Brücke dringe... Alles kleine gegnerzt worden. Diesmal bin ich nicht der letzte Überlebende. Fuck, Alter, hab ich mich so stark. Boah, ho! Ja. Boah. Mö! Ich hab dich nicht mal angehettet, ey. Ich war genau drauf, ey. Oh ja genau Alter So Puppel jetzt Pro Gameplay Ja bitte nicht Puppel jetzt haben wir zu Kommen wir als AFK Wo ist Puppel denn? Äh der ist Papi Oh der wird hergeschossen Da ist er Ja der hab ich dich wieder an die falsche Stelle Nein du bist das Letzte Du bist das Letzte ja Los Lange ich bringe mich weiter nach deiner Brücke Ich bin nicht der Letzte der lebt Diesmal nein Ich hab ja gehofft ich bin sogar der einzige mit mehr als einem Kill Posse du bist doch mal gut Ja was soll ich denn machen Wir sterben Ich werde ich werde ich werde runtergezogen Von was Puppel Glaubst der Skill geht übers Internet? Ja Sorry What? Was denn jetzt? Der Skill geht übers Internet Denny ist ja ganz hinten drauf Gerade zu Wo ist denn ganz hinten drauf? Da Da kann man hoch? Ja natürlich Wusste ich gar nicht Ich bist vorhin auch nicht Nein Puppel und Puppel und Tossel ganz bei B Bei B Bei B Bei B Nein Bei B Nein Bei B Ehhh Bei B Bei B Pass nicht und drehen Das war ja sehr früh Nee hinter dir ist noch einer Danny hinter dir ist noch einer Nein Nein, warum hat er nicht gemessert? Vor allem Danny hat das... Weißt du wie Danny... Danny wird geballert, ist ihm vollkommen egal. Er will nur Tosny und vergisst das hinter dem Internet auf, dass er ihn geballert hat. Nein, ich dachte das ist Niki. Ja Danny, du kannst während des Nachladens nicht messern. Der lebt auch noch? Ja, alle waren da. Was hab ich schon gesagt? Seid mal hier. Ich bin Danny und hör nicht zu. Ach nee. Eine andere Seite von der Brücke. Ja, du killst den natürlich, Rammler. Ja, wenn alle probeln, kriegt ihr nicht, Tosny oder mich. Einer ist noch an Brücke. Alles klar, genau. Wo? Da hinten ja, andere Seite vom Fluss unten. Da. Alter, wie du geleckt hast. Du hast ein bisschen aufgeflogen. Also bei mir. 07 Beste. Ey Puppel, du hast 0 Punkte. Da, er fliegt. Sag doch. Du suchst aber keinen Deck. Ja, es ist einfach nur auf der Kackt-Hitbox. Ja. Ja. Du hast auch noch mal zuerst. Du hast auch noch zuerst. So hast du... Gut vorgesen, Puppel. Ja, nachgesprochen. Die hat er schon cool vorgelesen. Das habe ich mich verjagt. Loll. 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 Ich habe nicht anvisiert, das war ein bisschen nubisch, aber egal. Alter, Puppel, was ist denn los mit dir? Aber 20 Punkte, Mann. Ehh. Ehh. Ey. Jetzt machst du, dass wieder Minuspunkte! Kann man eigentlich Müsste rausgehen? Das war mega geil. Jaa. Deswegen hattest du vorhin Null. Kass. Na ja, also ... So ein Minus 50 und Minus 100 halt. Ja, okay. Ja, kann man haben. Das wär voll mega geil. Pfff, mega geil Du musst dich mal ausprobieren bei Lenny oder so Krieg ich schon hin Ja, ich glaub ich dir, dass du es hinkriegst Loi Einen Schuss Eigentlich ist es auch ziemlich langweilig, wenn du mich wirklich jedes Mal da hin und hinlegst Alter, hab ich mich da schon Gerade so gesehen Du bist um die Ecke gekommen und du bist einfach weitergelaufen und du hast mich hier während du ab Wenn du nach vorne gelaufen bist, hast du mich einfach an der Seite her abgeschossen Ich hab dich gerade gesehen und dann war WTF? Alter Das war vor der A-Bot-Kill Ja, Mann Nein Vor allem eure Warlhack Och ne, die haben die Brücke geworfen Tja, haben wir das manchmal schon mal gesandt um Ja, die stehen alle hinten rum Oh ne, das ist doch nicht unter der Brücke Oh, Torsteni, Alter, das ist kein Backup Probli, wo rennst du eigentlich hin? Da geht's nicht nach Ja, ich weiß Das hab ich ja später gesehen Eigentlich gibt's das Cu-C Ne, ich wollte auch sagen Ne Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Le Bankup gemacht. Ich bin alleine. Nein. Nice. Das hat er nicht gesehen. Ja ey. Man kann durch die Mauer nicht durchstehen. Ist vielleicht zwei Meter dick. Ach da oben ist der. Ach da war der. Ja genau. Voll der Headshot. Das war ja voll der Amod Kill. Weil er ja schon gezielt hat bevor er im Tore gegangen ist. Amod Kill. Ja aber er war genau auf dem Kopf also. Achso. Ja deswegen. Amod Kill. Okay. Alles klar. Äh Backsteinhaus obendrinne. Beim Popoli geht immer jeder gut. Der stirbt jedes Mal. Wie. Wie Danny. Wie. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen wie du über die Ecke gelaufen bist. Kannst du dir in der Aufnahme angucken. Der hat dich vorher gesehen. Ich hab dich aber nicht gesehen. Ja. Tja da war ich wohl ein bisschen blind. Das ist die Brille. Das war dumm. Hält nur noch einer von denen was. Da hab ich mich selbst geflasht. Das war ziemlich dumm. Das war wirklich ein bisschen dumm. Guck mal da oben ist er drin. Wie kommt man da rein. Sag mal. Willi was ist los. Du hast halt so viele. Abschlüsse wie ich. Tja jetzt guck ich einfach mal deine Aufnahme nach. Ja weil. Fuck you. Alle meine Debs sind durch Lenny. Wirklich alle. Ne einer hat trotzdem nämlich getötet. Einer hat trotzdem nämlich getötet. Ey wir haben wirklich fast die gleiche KD. Ich bin sogar positiv. Nice. Ja besser als negativ. Negativ. Alter. Das wollte ich vermeiden. Wir haben die Bombe. Weißt du was zu sagen. Ja. War nicht schwer zu sagen. Oder wie. Hä. Nein war Spaß. Aber jetzt gucken wer reagiert. Los. Äh Popel töte ihn. Popel töte ihn. Popel zielen. Zielen nächstes Mal. Oh das ist zu feiern. Oh das war ja ein Messer. Scheiße. Sehr gut Lenny. Wo ist das denn? Wo war's denn? Willi. Mann hinten immer noch. Die sind alle drei am Spawn gewesen. Aber keiner kommt mit. Dann sagt er mal früher. Ja tut mir leid. Zerpopeldi und Tosni im Team. Soll ich einfach vorrennen? Ja. 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 Du bist das Letzte. Ich nehm jetzt ne Klasse mit Samplexen. Sprengen uns alle drei. Einmal fangen die Luft. Okay. Null. Das will ich sehen. Aber ich wird's wirklich sehen. Junge. Nice. Wie dämlich kann man sein. Ja. Zack Popel. Den war unter der Innenhaftgranate. Ich wollte ich. Ich wollte eigentlich alle. Alle drei in die. In die Luft sprengen. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Boah ey. Das Team ist viel zu einfach ey. Ramla stirbt mal bitte noch zweimal. Das ist ja wie neu im Bot spielen ey. Camper. AIMBOT. Aber eigentlich muss ich unten bestehen ist mein Camper. Ja AIMBOT. Wir erinnern ja schon. Wird sie effilisiert. Es tut mir leid Popel. Mein Verdienst. Verdienst hast. Mein Verdienst. Och Lenny alter. Boah alter. Weißt du. Dreimal vorrat. Einmal Drohne. Zweimal Konterdrohne. Oh lol. Das ist. Ich hab hier G18 drin. Verdammt. Noll. Fuck you. Der war hinten am. Ähm. Ja da. Nein. Jetzt ist alles umgegangen. Oh Mann. Der hat mich gemessert. Händen spawn. Warum hab ich denn als. Warum hab ich denn G18 da drin. Oh Mann. Ja. G18. Noob. 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 Boah alter. Die macht mich fertig. Oh. Er hat so oft das nicht schießen. Nein. Das war Danny. Ne. Das war Danny. Du hast ihn getroffen. Leute. Er ist unter der Brücke glaube ich. Das war Willi. Popel vergiss bitte nicht anzuvisieren. Anvisieren. Anvisieren. Ah fast Popel. Boah. Ja fast. Boah. Da direkt wo William Storm ist. Der ist ja eben runtergefallen. Der ist ja eben runtergefallen. Der ist ja in die Brücke gefallen. Ja. Unter der Brücke ist er gefallen. Ja. So wie immer. Anner Pass halt ne. Zwei Assists hab ich schon ey. Bin ja ja hier. Wow. Oh. Ich hab 20 Punkte. Gut. Erstmal gemessert. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin Danny. Ich messer. Und wen rufst du an? Ja. Hat. Oh. Wen rufst du davon an? Na ja. Das war knapp. Ja. Hat. Das schaffst du nicht. Nein. Das schaffst du nicht. Oh gar gar nicht. Wer ist denn das? Wo ist denn das? Danny? Oh. Wo ist denn das? Oben in der Ecke. Oben in der Ecke. Direkt gegenüber. Rechts sind auch. Ja wohl. Ja. Der war auch nicht. Der war auch nicht. Ja. Der war nicht mehr. Ja. Wohl. Positionswechsel? Ich hab den doch immer noch da hocken sehen. Das, was mich beschossen hat, da hat er immer noch. Ja, danach hat er Positionswechsel gemacht. Aber da, wo er eben da vorbeigelaufen ist, hab ich ihn immer noch da gesehen. Ins Händchen? In die Hand geschossen, das ist natürlich tödlich. So, ich kann wachsen. So, jetzt hören wir das mal auf, Lenny. Zeitenwacher! Müsli. Schmeckt. Weiße. Wer von euch Kindern spielt denn schon wieder mit? Böse? Alles kalt und dann, Denny. Nein. Wir müssen das kalt. Mach mich kratzen. Loll. Hacker. Hacker. Oh, ey. Da in dem Haus. Was? Seriously? Habe ich gar nicht. Oh, Licky, nicht auf mich schießen, bitte. Danke. Kamler, was ist dein Ernst? Mach der jetzt mal eine 360 Grad Drehung. Goll. Alter, ich hab dich doch getroffen. Jawohl. Ja, hat er auch. Du hast voll getroffen. Ja, in einer, in einer, äh, in einem, ähm, Dings hier, ähm. Lol, ja, genau, Alter. Glaub, wenn man zielt, ja, dann ist man einer anderen. Lol, Populi ist auch. Lol. Hätte ich getroffen, hätte ich wahrscheinlich sogar noch ein Double-Fail gemacht. Ja, hier. Wahrscheinlich hätte Populi mich danach noch gemessert. Weil ich gemessert hätte, wie ich das für euch geschossen habe. Eih, wieso? Ich bin das Knöpfchen nicht. Teiße. Oh, stopp doch! Da wo, direkt wo ich gestorben bin. Komm, dann stimm mal bitte. Ich will jetzt einen Kill machen. Der war im Häuschen. Scheiße. Hab gesagt, das ist weg ein Haus. Der war im Häuschen. Hab gesagt, das ist weg ein Haus. Der war im Häuschen. Hab gesagt, das ist weg ein Haus. Du Mensch. Ey, komm doch. Warum jetzt? Ja, aber... Ah, Mann, ey. Wo war denn... Wenn die... Ja, die können irgendwo nur hin gecampt haben, schon wieder beide. Ey, Popel, du hast deinen Kill. Ja, ich weiß. Er hat dadurch zufällig gemacht, als er dich getötet hat. Was ist los, Jenny? Ich hab halt meine Predator voll auf dich gesetzt und deshalb bin ich nur hinten. Sorry. Ja, Ramla. Das ist meine, oder? Du hast dich auf mich gesetzt. Auf irgendwen hab ich auf jeden Fall voll die Pläne aufs Haus gesetzt. Auf mich. Da war da oben im Haus und dann war die Plupp weg. Äh, nicht sterben. Nicht von dem... Transpringen. Kran? Gibt's hier ein Kran? Hm. Ich weiß. Ich meine diese Metallpfeiler. Von diesem Bottich-Ding da oben. Ich meine die Betonpfeiler da. Ach so, ja. Okay. Da soll ich besser nicht drauf springen. Oder runterspringen. Warum? Also, Lenny, erstmal musst du da raufklettern, ja? Ich bin aber schon längst drauf. Warte, wie hast du denn das so schnell geschafft? Ich glaube, was... Wie Tag? Wie Tag? Ja, Schack. Verwirrungsgewöhnungs-Typen. Ich sagte, er hat dich gesehen. Guckst du mir eigentlich zu, Tosny? Ähm, ja. Oh, Commander Krieger-Scope. Jetzt geht's richtig los. Pff, jetzt Commander Krieger. M-m. Tö, tö, tö. Tö, tö. Hat's grad mehrmals gemacht, Alter. Avira hat irgendwelche Viren gefunden, die keine sind. Woll, willst du das wissen, Danny? Weil's meine Programme sind, die ich selbst gemacht hab. Ja, genau, deswegen sind die Viren. Woll. Danny, Danny hackt seinen PC selber. Oh, Alter. Alter, ich dachte, du hast den nicht gesehen, ey. Puppel, du musst entschärfen. Lauf. Puppel, der ist da unten drin. Oh, ne. Puppel, du musst entschärfen. Das weißt du, oder? Na, Puppel. Wie sieht er an? Rechts, rechts. Nice. Ciao. Nice job. Ja, ich bedanke mich für das Zutau und haut da rein. Nice one. Nein, 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 nein. Aber wir machen noch eine Runde, ja? Mit grüßen Koto und der Laufweller. Tschüss.